Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach die Servicefahrzeuge in der Autowerkstatt merchen könnt. Ihr benötigt dafür auf jeden Fall eine Autowerkstatt und einen Bunker. Und dann würde ich sagen, lasst auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns zunächst einmal in den Bunker. Seid ihr dort angekommen, dann können wir den Bunker ganz einfach wieder verlassen. Wir geben uns dann einmal zur Autowerkstatt. Dort in der Autowerkstatt angekommen, wir geben uns zu dem Auto, von dem wir die Settings übertragen wollen. Wir steigen in das Auto ein, registrieren uns einmal als CEO. Wir öffnen das Handy, Kontakte, rufen einmal Tony an. So, das was wir jetzt machen ist, wir drücken jetzt einmal X und spammen dann Steuerkreuz nach rechts durch. Dann werden wir in die Tuning-Werkstatt reingeladen. Ist auf jeden Fall perfekt. Diese dann ganz einfach wieder verlassen. Als nächstes begeben wir uns jetzt zu diesem Service-Fahrzeug, was wir uns merchen wollen. Stellen wir uns einfach davor, drücken Steuerkreuz nach rechts und dann werdet ihr sehen, dass sich jetzt schon die Settings übertragen haben. Und wenn ihr jetzt das Fahrzeug dann kaufen wollt, müsst ihr einmal jetzt warten, bis die Zeit unten rechts abgelaufen ist. Dann könnt ihr das Fahrzeug ganz einfach kaufen und euch in die Garage reinstellen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem kleinen und feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!